Wir hatten in den letzten beiden Unterrichtern zwei Zeichen gelernt. Weißt du noch, wie die hießen? Ja, äh... Weißt du noch, wie sie da waren, aber nicht so richtig, wie sie heißen. Okay, der eine hieß Sukun und der andere hieß Shedda. Wie heißen die? Sukun und Shedda. Genau. Was ist die Aufgabe von Sukun? Sukun, wenn man einen Buchstaben hat, nimmt man den ersten Ton. Zum Beispiel bei Elif, nur das E sagt man dann. Genau, richtig. Also, anders formuliert eben, dass man eben auf den Buchstaben stoppt. Okay, und was ist Shedda? Shedda? Da stoppt man auch bei dem ersten Buchstaben wie beim Elif. Sagt man erstmal E, dann sagt man nochmal das ganze Wort. Dann sagt man nochmal Elif dazu. Genau. Also, man stoppt darauf mit dem ersten Ton, den man hat. Und dannher liest man eben den Buchstaben nochmal mit dem Zeichen, der angegeben ist. Also, sei es Fetha, sei es Dommah oder Kessera. So, das bedeutet, heute machen wir sowas wie eine kleine Wiederholung. Alles gemischt. Okay? Wir fangen mit dem ersten Wort an. Was sagen wir dort? Ru 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 Genau. Wir bleiben nicht so viel stehen. Wir sagen Rubba. 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 Okay. Rubba. Okay. Nächstes Wort? Okay. I 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 Da sagen wir nicht Lam Elif, wir sagen La Also Lam Elif, okay, das sind zwei Buchstaben, also Lam und Elif Und der hat nur ein Zeichen, ein Fetha Und dieser Zeichen ist auf dem Lam, deswegen sagen wir Und der hat nur ein Zeichen, ein Fetha Hast du zu Ende gelesen? Ja Okay, also Du hast, glaube ich, ein bisschen Probleme mit dem Ra, deswegen habe ich das nicht so hören können Versuch mal nochmal Okay, nächstes Wort Ja Ähm Nuh 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 Wuh Wuh oder Fu Wuh Also, nee, das ist kein Wau Das ist ein Punkt, Entschuldigung Fu Also ein Elf. Ein Fels ist das doch, oder? Hallo? Ja, kannst du mich jetzt hören? Ja, jetzt kann ich dir hören. Okay. Letztes Wort? Das war ein, also der Buchstab ist ein Ver, also Fuh. Okay. Jetzt das letzte Wort in dieser Zeit. Ja. Jetzt kann ich dir hören. Okay, kannst du nochmal wiederholen, bitte? Okay. Ja-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä-Jä das, у---------- Na. Ja-Jä-Jä-Jä-Jä oder jä-Jä-Lþ? Ja-Zi. Genau já-Jä-Jä-Le is on-------- Okay. Jetzt die zweite Zeit. Ja. Ne 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 Genau, okay Es kann sein dass eben der Bildschirm ein bisschen langsam ist und dass ich auch manchmal langsam direkt immer weitermache, okay? Okay Okay Fe 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 Eu. 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 K. Das Bild ist weg. Entschuldigung, hörten Sie mich? okay wir waren bei dem hier glaube ich hier kannst du noch mal das hier sagen okay wir waren ein zweiter okay also das war dann verbischt ich höre immer ein rein ist das rein oder ein der strich der strich ist unten okay versuch mal dass der graf ein bisschen wieder wie soll ich sagen wie ein gemer sich anhört okay nächstes wort okay okay der letzte buchstab ist ein jahr das ist ein jahr dann habe ich drauf wechselt hast du verstanden warum wir gesagt haben genau also genau also das ist elif i und dann ist es la und dann mit dem den la und dann mit dem ja verbinden ilay und dann liest du den fetha ilay okay nächstes wort schien hat drei punkte ja schien hat schien hat genau jetzt alles zusammen nicht den kauf mit dem mera fabinden fabakir fabakir Versäckere Nochmal, Versäckere Versäckere Genau Nächstes Wort Yussi Li Mu Mu No Yussi Li Mu Nextes Wort Wat Wat Fi Wat Fi O O We're going to O Wat Fi Ru Nextes Wort Il 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 Een vídeo K L L L L L L L L Nächstes Wort. Nichts, da ist nur ein Punkt. Nichts, da ist nur ein Punkt. Also, yeah war richtig, you war richtig, aber der zweite Buchstab ist nicht richtig. Da ist nur ein Punkt oben. Weiß es nicht? Stell dir vor, dieser Punkt wäre unten wahr. Wenn er oben ist, ist er was? Ja, das ist nur ein Punkt, ich dachte, das wäre ein C. Aber wie bist du auf C gekommen? Das sah ein bisschen so aus wie, das ist ja ausgebildet wie ein umgedrehtes C. Okay. Okay, dann Iona. Ja. Okay. Iona. Jona's 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 J Okay. Juhalimu Na. Genau. Letztes Wort in dieser Zeile. Tak, 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 tak. Takar, tak, tak. Takara, takara, takara. Takara, takara, takara. Me. Genau, takara, na. Nächstes Wort. Nächste Zeile. Manu Da ist ein Fetha Kein Dhamma Genau Achte, dass du ein bisschen da stehst Okay Okay, nächstes Wort Okay, nächstes Wort Okay Juv 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 Okay. E-U-K-I-U-K. E-U-K-I-U-K-I-U-K-I-U-K-I-U-K-I-U-K-I-U-K-I-Ri-K-I-M-U-N-A. Genau. Ja. 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 Nee, der hat einen Punkt oben. Das. Genau. Ja. 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 Genau. Ja. Jetzt die nächste Zeile. Ja. Ähm, 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 män. genau ja, nächstes Wort kann ich ein Fö? Fö aber ein Fö hat einen Punkt oben Wabashir Wabashir genau, Wabashir okay Wabashir 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 Ra versuch den Ra wieder auszusprechen Wabashir mit der Zunge Wabashir Wabashir das war viel besser, ja okay, nächstes Wort Ich 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 You, me. Me oder mu oder me. You, me, ja. You, me. You, me, no. You, me, no. Na. Okay, hier möchte ich noch eine Frage stellen. Und zwar ist der zweite Buchstabe ein wow oder ein hemse? Jetzt von Anfang. Der zweite Buchstabe ist ein hemse. Ein was? Ein hemse. Genau. Also wir sagen nicht you, me, no. Oder you, me, no. Sondern you, me, no. You, me, no. Okay, super. Letztes Wort in dieser Zeile. Okay. Me. Ist das ein wow oder ein nun? Ein nun. Na, verstanden. Me. 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 Ja, super. Nochmal. Genau. Ja, und dann? Lie, weil der Ja hat gar kein Zeichen. Deswegen verlegen hast du noch Lie. Okay, jetzt hier. Bis. Bis Mu. Mu oder Ma oder Mi. Ja, ich muss verlegen. Min. Du bist Mi. Jetzt das zweite Wort, oder? Genau, jetzt das zweite Wort. Und du musst es verbinden, weil da ist ein Schild da. Ich kann das heute nicht verschließen. Ich bin mir nicht sicher, was Buchstabe der Zeichen ist. Du kannst hier merken, dass das Allah ist. Okay? Also so ist das Zeichen von, wenn man Allah schreiben möchte. Jetzt, der erste ist ein Elif. Der wird nicht gelesen, weil er kein Zeichen hat. Der zweite ist ein Lärm und der hat auch keine Zeichen. Deswegen liest du das auch nicht. Und dann hast du ein Lärm, was Schild da hat. Das verbindest du dann mit dem Mim. Das bedeutet, du sagst Bis-Millah. Und warum verlängern wir? Weil wir einen Strich haben, der gerade ist. Also das ist eigentlich so wie ein Elif gemeint. Mit dem Fatha. Bis-Millah-hi. Bis-Millah-mi. Hi. Das letzte ist ein Mi. Tut mir leid, ein H. Bis-Millah-hi. Hi. Genau. So, jetzt kommen wir zum nächsten. Natürlich der zweite Buchstabe. Der Lärm hat einen Sukun. Also der ist ein bisschen gegessen worden. Nieser Buchstabe hat einen Sukun. Ist okay? Der Lärm. Der zweite. Der Lärm. Okay. L. L. Elham. Elham. Ja. Elham. 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 Elhamdu. Jetzt haben wir hier wieder Allah, nur den Lamm, der am Anfang ist, den liest du mit einem Kessler. Was machst du dann? Verbinden. Nee, du musst den Lamm mit dem Lamm verbinden, dem ersten Lamm mit dem zweiten Lamm. Genau, richtig. Weiter. Ru, 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 Ru. Nicht Ru, da ist kein Lamm, da ist ein Fetha. Ra, 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 Bi. Genau. Jetzt kannst du automatisch dann sehen, der Lamm, der kommt, hat einen Zugromm. Das bedeutet, du musst den Ba mit dem Lamm verbinden. Ja, Bill, ja. Ja, genau. Super. Temlem bihiya, inshallah, Asteen. Rabbana arfina wa arfu anna. Waahfazna bi-asrarin fatiha.